Gute Frage Schade, dass wir nicht Blue Sides anfangen, weil dann hätte ich theoretisch deren Blubuff klauen können Tja, kannst ja versuchen deren Red Buff zu klauen Bringt mir auch so viel mit ihr Naja, Renga wird Blubuff anfangen Ich glaub der scheint Red Buff anzufangen Ich benutze die Toilette Jetzt spielen wir echt die Doomwood Lane hier, wa? Ich glaub du kommst nicht von meinem Kontinent oder aus meinem Phantom-Reich Ups Geld, 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 Geld Boah Dead Poke Nicht so einschüchern lassen Alter 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 Der Es war abzusehen, was das passiert. Ängste Tarnpinch. Ängste Tarnpinch. Ich wollte schon mal sagen, da wird er von hier rum gehen. Naja, wir müssen ja leider erst mit Tarnpinch loswerden. Ah, kein Mana, fuck. Hättest du mal auf, wenn mir die auch tut? Ich hatte bisher vier Farben geklaut. Ich hab neun. Ja, streng dich an. Du sollst farmen, nicht greeden. Ah, ich müsste einmal zurück. Was sagst du mir jetzt? Ah, ich geh auch einmal zurück. Mal Farmeite und weiter ausbauen. Ich tu mir selber den Gefallen und warte die 10 Gold hier eben noch ab. Wenn ich die Schuhe hab. Das ist die normalen Schuhe schonmal. Am Kett stinkt auch, der ist lustig so, ne? Ah, naja, du übersprachst dann, wenn der dich frisst. Ja. 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 Mumu, das ist Topland. Ich bin da noch nicht hier unten. Wieso ist denn der nur Level 4 bis jetzt? Weil er Premium ist. Das ist sein Plan. Ich hab das Gefühl, dass ich lieber der Zoe helfen. Okay. 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 Alright. Jetzt geht's mir wieder. Okay. Okay. Dann lic licitieren wir uns. Okay. 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 Das war's für heute. ach oh momo warum gehst du auf die trist ok miet miet es stört kartoffel der hätte früher sterben können der hätte echt früher drauf gehen können ach ok Trankel muss ja nächstes mal wechseln vorher nicht mehr ja 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 Okay. Na, ist der gierig dann, Kind? Sag mal, kannst du irgendwie aus den Körpern von den Toten was einsammeln? Nö, wieso? Weil die hier immer noch so komisch rot nachleuchten. Okay. Nö. So. Als wenn dir noch so komisch, die haben noch so komische rote Kugel, bist du sicher, dass du nix einlö... nix von denen kriegst? Nö, ich nicht. Irgendeine Fähigkeit oder sowas? Passiv, oder? Kann ich nicht. Oh ja. Ich bin aber auch gleich ja kurz noch einmal zurück. Halt. Was hab ich gesagt? Trinket wechseln. So. Ender Weg nach oben. Tod lush das auch play integriert hat, nicht. ... Scheiße. Der Tandor ist hier jetzt echt contestant? Mhm. Hat er auch. Scheiße. Aber mein Hook kam nicht rechtzeitig. Mhm. Ich bin auf dem Weg. Ja gut, das hat er halt gesehen, dass ich da in den Jungle abgehauen bin. Meinst du? Mhm. Ich glaub er stand ja relativ nah am Turret. Ja. 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 Aber wir sind gerade alle bis auf Timo hier runtergekommen und keiner hat uns getötet gekriegt. Lappen! Darauf erst mal ein Keks. Hm. Tja, ist zwar nicht Blizzcrank, aber der Hooker hat trotzdem Reichweite. Wäre ja blöd, wenn dem nicht so wäre. Na, Blizzcranks wäre noch ein bisschen praktischer. Da greife ich jetzt nicht an, sorry. Das soll die auch nur ärgern. Aber die State nehme ich ganz schön. Da hättest du mir helfen können? Ne, hätte ich nicht. Hättest du schon? Hätte ich nicht. Hättest du wohl. Ja, wie denn? Hm? Ohne Mana? Normale Angriffe? Na sicher. Wir gehen jetzt ernsthaft alle Group Fighten. Wir sind ja in der Mitte, das ist ja klar. Ne, ich soll ja ungefähr einen Zeitraum haben. Er hat eine Flachin. Wir gehen jetzt nicht zum초. Ja, wirklich. Cool, ne? Ja, ich soll euch sagen. Ich soll euch sagen. Wir gehen jetzt mal an. tooken zu machen. Wir gehen hier. Ich soll euch das zu machen. Auf jeden Fall. Ich soll euch eigentlich ein paar Fragen. Du sagst. Du, das. Hey Oh Na der ist ja nochmal ganz gut rausgekommen Ich bin dead Jo Na ja, wenig Rastan hat's gereicht Oh, ist auch noch der erster Drache Oh, da bringt der Frau Ah, die gehen sowieso zu Amomo rüber Von daher Oh ne, Tristana ist hier unten Ich verstehe ja noch alleine gegen Tristana Ja, ich will die Wave plus ein bisschen pushen Komm mal runter Oh Okay. Huch, was war das denn? Oh, eine Fähigkeit von mir. Oh, Torn weg. Es ist da noch alles drin, oder? Natürlich ist da noch alles drin. Ach, schon Torn kennt hinter uns. Als ob. Da hat mal ganz wenig Schaden gefehlt. Aha. Ist nicht wahr. Doch. Da hat bei der Ultima ganz wenig Schaden gefehlt, ey. Ne, die Tristan hat so Glück gehabt. Ich hab auf derjenige geneigt und das alles drauf gehabt. Weil ich glaub, wenn ein Tank kehrt, kriegt die keinen Schaden. Hm, ist der Hütter? Oh, lass mal mit. Stufe 18 tut sie so hart. Damage überall passive, ne? Was immer noch einen Abenteuer. Da so war es irgendwie aufsteigen. Genau. Und nicht dahin. Ich hab gesagt, du trisst Hala nicht, den Red Buff. Hala ist da in den Büschen. Geht doch, ey. Übrigens, wenn wir beide unsere Ultis denn so nutzen, wenn wir so in der Nähe des Anderen sind, kommt so dieser komische Feuersturm von mir, dieser Eissturm. Hallo, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein. Wollt noch, Wollt draufdrücken. Na, mach den Blatt, mach den Blatt. Jawoll. Was ist denn das für ein Rengar, bitte? Einer mit kaum Farmen und Items. Ich würde da weggehen. Ähm, die nimmt dich auseinander. Ich weiß, dass die mich auseinander nimmt. Ich werde aber auch nicht entkommen. Ich muss richtig. Oh, nun, kill doch mal da. Warum macht Trash so viel Schaden? Aftershock, Baby. Boah, nicht jedem Ernst. Warum seid ihr alle tot? Wenn ihr wart, einer lebt noch. Nee, wieder nicht. Warum seid ihr alle tot? Weil ich mich gerade entscheiden könnte, zwischen ich versuche, irgendwie wegzulaufen und zwei Sekunden später zu sterben. Und dazwischen, ich kill den einfach. Und ich byeier. Und ich mache einen Cl Bruce. Ich mache das jeden mit E desse. Und ich kenne das... Nein, gucke ich aufhören. jawohl ja geht doch mal ja das ist doch super Also eigentlich läuft das super. Es läuft nicht schlecht, ne. Oh, 5 von 5. Ich weiß jetzt gern mal wie's goldstatttechnisch aussieht, aber das sieht man ja hier nicht. Okay, sind wir relativ ausgeglichen. Gut, die haben Drachenvorteil, der bringt ja auch noch mehr extra Gold. Ja, der Entfirnel wär halt noch mal geil. Die haben aber allerdings mehr Türme von den Daumen, plus nen Inhibitor. Ja. Eigentlich sollten wir den Goldvorteil haben. Lass mal Bot gehen, die größte Teil ist grad oben. Komm mal, wo ich bin. Timo? Komm. 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 Komm mal, lass mal, lass mal. Nass mal weg. Gar kein Gegner ey. Timo? Oh, wer ist Teemo? Ah, du hast das Turret irgendwo. War das jetzt Stopwatch oder Sonyas richtig? Das war Sonyas. Hihi. Achtung, Pilz. Na, ich weiß. Tschüss. Na, kein mitleben. So, geh ich auf den Rubberdons oder... ...Boldstuff? Keine Ahnung. Die MR? Ich hab MR. Ob die MR haben? Hm, nicht wirklich. Und der Teemo ist doch allen Ernstes versucht. ... ... ... Ey, die kriegen mich echt nicht tot. Oh, gleich gibt's nochmal einen schönen Power Spike. Das gefällt mir sehr schön. Hallo, gleich gibt's ja gar nix mehr. Naja, wir kriegen jetzt nochmal einen Drachen. Das ist auch noch ein Höhendrache. Das heißt nochmal 10% mehr AD und AP. Das gefällt mir natürlich super. Das macht ganz schön was aus. Merke ich gerade. Oh, ich geh erstmal zurück. Ihr macht das schon. Na, ich bin im Full-Bild. W8, 5, 11. Mit 97 AD und 98 Fähigkeitsstärke. Einfach 249 Rüstungen und jetzt die 127 Magieresistenz. Timo, was ist das? Timo, was ist das? Schaben, was ist das? Schaben, was ist das? Ah fuck, bin ich mir auch sonders gekommen, scheiße, ob ich mal Zeit erkochen kann. Ergo ist natürlich auch irgendwo blöd von uns, dass wir da jetzt zu zweit quasi in der Base stehen. Na stimmt, wo war der Rest da eigentlich? Der aufm Weg. Ja, 86 ist immer noch gut. Oh, jetzt sind sowieso auch alle Indibitoren weg. Das heißt, es gibt doppelt Spawn-Linions, die kommen nicht aus der Base raus. Beide Turme sind weg. Also, sie können jetzt problemlos ein Barren-Play starten und dann gehts einfach nur noch, ja bumm. Ja. Was wollen sie denn machen? Oh, ein Teemo. Dummes Wiese. Was machen die denn da jetzt? Ach, die Akali ist auch so stumpf. Das ist aber nichts Wieser. Ich nehme jetzt eine Regel. Die Akali, wenn ich jetzt mal noch mal an das Continnen, Ich nehme dir mal an das, was ich das nicht verleugt. Ich nehme dich, dass ich dir das nicht sonst. Ich nehme auf den Platz. Weil ich sage, das immer noch nicht zu oft gut. Ich nehme mich zurück, als ich nehme mich zurück. G Dabei habe das nicht zu dumm. Es passt nicht anruhe. Es ist einfach schwer. Ich nehme mich beden, dass ich meinen Schiffen habe. Ich nehme mal das nicht so. Ich nehme dir nichts zu sein. Ich nehme meine Rumpf, dann habe ich mich an. people zu und Unterfähigen, Da wollten die jetzt echt noch mal einen Splitpush versuchen, ich glaub's ja wohl. Oh, Moment. Übermütig werden muss ich auch nicht. Doch, mehr hätten sie jetzt auch nicht machen können. Ah ne, wir haben die platt gemacht, ne?